Hey, Johannes hier für Notebooksbilliger.de auf der Computex 2019 in Taipei und hier bei MSI schaue ich mir das neue MSI GT76 Titan an. Das ist das aktuelle Spitzenmodell der Gaming Notebooks von MSI, ausgestattet mit richtiger High-End Hardware und die schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Das GT76 sieht aus wie ein waschechtes Gaming Notebook, es ist nämlich dick und es ist schwer. Die Tastatur ist Einzeltasten beleuchtet und bietet coole Effekte. Hier unter der Tastatur haben wir das Touchpad mit den separaten Maustasten und rund um das Notebook sind überall irgendwo LED-Streifen untergebracht, die den Tisch im Dunkeln beleuchten. Auf der Unterseite sehen wir, dass die Lüftungsgitter im Carbon-Look daherkommen und die Rückseite hier mit dem LED-Streifen, die erinnert irgendwie an einen Sportwagen. Werfen wir mal einen Blick auf die technischen Daten und zwar hat das Display eine Diagonale von 17,3 Zoll und eine Auflösung von 4K. Es ist ein IPS-Level-Panel und es bietet dünne Displayrahmen und hier oben eine Webcam. Von der Performance her ist das GT76 natürlich ein richtiges High-End Notebook. Zum Einsatz kommt hier eine Desktop-CPU und zwar der Intel Core 1-9-9900K, der auf allen seinen 8 Kernen auf 5 GHz übertaktet wurde. Dazu dann als Grafikkarte die Nvidia GeForce RTX 2080 und ja, wer sich auskennt, der wird wissen, diese Kombination verspricht ordentliche Power, mit dem er eigentlich jedes aktuelle Spiel in 4K zocken kann. Es können bis zu 128 GB DDR4-2666 RAM verbaut werden, dafür stehen 4 Slots bereit und es stehen auch 2 M.2 Slots mit PCIe Gen 3 bereit für eure NVMe SSDs. Von der Konnektivität her ist hier Killer Ethernet E3000 und Killer 1650 Wireless RX, also mit Wi-Fi 6 Unterstützung verbaut und das Audiosystem wurde wieder in Zusammenarbeit mit DIN Audio gestaltet. Auf der Unterseite seht ihr hier auch noch den Subwoofer. Damit das ganze System bei der Power nicht überhitzt, sind 4 Lüfter verbaut und dazu gibt es auch noch 11 Heatpipes für die Kühlung. All das kann man hier auf der Unterseite sehen, es ist derzeit natürlich noch ein Pre-Production Sample. Es ist noch nicht ganz klar, ob man im finalen Modell so reinschauen kann wie jetzt, ich würde es aber sehr cool finden, denn ja, sieht einfach top aus. Von den Anschlüssen her haben wir hier zweimal USB Type-C, USB 3.2 Gen 2, davon ist einer Thunderbolt 3, dann 4 USB-A-Ports, auch USB 3.2 Gen 2, einmal HDMI 2.0, einmal Mini-Displayport 1.4, Audio-Ports und ein Micro-SD-Kartenleser. Hier hätte ich mir natürlich lieber einen SD-Kartenleser gewünscht, ganz klar bei der Größe. Und ein RJ45 Ethernet-Port. Ich hatte es ja schon erwähnt, das Notebook ist schon recht dick und schwer. Wir haben hier die Abmessungen von 397 x 330 x 33 bis 42 mm und ein Gewicht von 4,5 kg. Damit ist das System natürlich ein richtiger Klopper, aber es ist halt auch ein High-End Gaming Notebook. Das darf halt auch so viel wiegen. Wie immer wird es hier verschiedene Konfigurationen geben, was Prozessor, Display, Grafikkarte, RAM und SSD angehen wird. Welche Konfigurationen verfügbar sein werden, das schaut ihr euch am besten auf dem Blog oder bei uns im Shop an. Da werden dann alle aufgelistet, sobald diese verfügbar sind.